Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für jeden Dachlinnenreinigungsdauerauftrag erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Was mich als Menschen ausmacht, also ich bin ein sehr ehrlicher Mensch. Ich bin vor allen Dingen jemand, dem Freundschaft, Familie extrem wichtig ist. Ich bin sehr demütig und bringe ihnen sehr viel Respekt entgegen, was ich auch von dem Gegenüber erwarte. Ich bin ein emotionaler Mensch. Ich bin ein Familienmensch, mir ist das sehr wichtig. Und ja, ich glaube, ich kann auch den einen oder anderen Spaß, kann man mit mir machen. Spaß an der Arbeit, Akribie, Ehrgeiz, Vertrauen und das gegenseitige Aufeinander verlassen können, wird in Dynamos neuem Trainerstab bedingungslos gelebt. Cheftrainer Mike Waldpogels hat mit Ovid Haju und Massimo Porcello zwei Co-Trainer mit nach Dresden gebracht, die nicht nur beim Memory-Spiel als echtes Team funktionieren. Wen ziehst du ab, Kollege? Jawohl, Masi, Junge! Fünf, vier, drei. Ja! Das war er. Das war er. Die Giraffen-Bande. Mit dem Herzen. Und zuletzt die Narbe mit dem Herzen. Das ist doch ein super Ende hier. Wir haben es unentschieden. Okay, alles klar. Ja, ist doch so, da haben wir jeder ein Herz. Okay, hast du nicht schlecht gespielt. Haben wir jeder ein Herz. Hast du gut gemacht. Und ich kann. Bisschen Glück hast du hier gespielt. Neben Mike Waldpogels, Ovid Haju und Massimo Porcello gehören auch Matthias Lust, Felix Schimmel, Prano Arsinovic und Sascha Lenze zum Trainerteam der SGD. Sieben Trainer, die tagtäglich aus einem Mix aus Theorie und Praxis von morgens bis abends exzessiv dafür arbeiten, dass die Mannschaft Stück für Stück besser wird. Es steckt schon sehr viel Theorie im modernen Fußball. Also gerade wir, wir wollen innovativ arbeiten, wollen immer auf den neuesten Stand, die neuesten Entwicklungen mitbekommen, halt auch versuchen, dort auch selbst neue Entwicklungen zu schaffen. Wir beschäftigen uns eigentlich 24 Stunden am Tag mit Fußball und sprechen permanent über Dinge, die gut gelaufen sind, die man eventuell verbessern kann. Und gerade Details sind, glaube ich, schon wichtig. Die Grundtugenden, die sind die Basis, die braucht man immer. Die Bereitschaft, Laufbereitschaft, der Wille, die Zweikämpfe etc., die gehören immer dazu. Das ist die Basis. Aber dann drumherum das Ganze zu gestalten, das sind die Details, die, glaube ich, den Unterschied ausmachen. Wenn der Pass eine hohe Qualität hat, dann kann man ihn auch schön festspielen. Er muss nur flach kommen. Du kannst ihn immer gut verarbeiten. Der Platz natürlich schön nass ist und dann die Kugel gut rollt. Ist doch super. Wenn du so spielst, ist klar, dann ist es schwer. Aber du kannst ihn schön härter, schön hart spielen. Wichtig ist, dass er flach kommt. Es geht eigentlich nur um Fußball. Also egal, wo wir sind, ob wir nur einen Kaffee trinken oder abends dann beim Essen. Es dreht sich alles nur um Fußball und es ist einfach auch eine ganz tolle Aufgabe hier. Man will sich wirklich hundertprozentig einbringen, will wirklich alles Mögliche in der verfügbaren Zeit umsetzen und dann geht es eigentlich nur um Fußball und wie wir dann in den nächsten Tag wieder reinstehen. Es wird alles Mögliche geplant und privat eigentlich kaum. Voller Fokus auf den Fußball und die eigene Idee des Spiels. Ovid und Massimo sind in den vergangenen zehn Jahren auch zu Vertrauenspersonen im Leben von Mike Walpoges geworden, die sehr genau wissen, wie er als Chef tickt und was er von seinem Umfeld in der Zusammenarbeit erwartet. Er ist, wie ich gerade schon erwähnt habe, sehr innovativ. Er möchte immer auf den neuesten Stand sein. Er ist sehr detailverliebt. Sehr ehrgeizig, sehr leidenschaftlich, sehr motiviert und motivierend. In ihm brennt das Feuer, will sich permanent weiterentwickeln und das erwartet er auch von uns, von seinem Team, von seinem Staff. Was ihn natürlich besonders auszeichnet, ist, dass er sich extrem viel mit Führungen beschäftigt. Er beschäftigt sich sehr viel mit Motivation und ist da jemand, der versucht, die Jungs weiterzuentwickeln. Das ganze Team, aber vor allen Dingen auch den einzelnen Spieler. Da merkt man immer wieder, dass er den Jungs natürlich dann auch versucht zu veranschaulichen, wie schön dieser Beruf eigentlich ist, den wir haben, wie schön das ist, Fußballer zu sein und wie kurz die Zeit ist und dass man die optimal nutzen sollte. Auf die Mannschaft und Dynamos neuen Trainerstab wartet ein heißer Derbyherbst. Nächster Halt, Freitagabend, Rudolf-Habich-Stadion. Emotion, Fanatismus. 30.000 Zuschauer auf den Rängen und auf dem Platz ein Spiel ohne Kompromisse. Du siehst ja, sofort kommt mir das Lächeln, sofort kommt das Strahlen. Das ist Wahnsinn, wenn man in dieses Stadion kommt, die Zuschauer einen zujubeln, brüllen. Ich würde am liebsten ja selber die Schuhe anziehen und wieder auf den Rasen stürmen und loskicken. Das ist ein Wahnsinnsgefühl. Das ist das Geilste, was du haben kannst, ob du jetzt auf dem Platz stehst oder als Trainer. Wenn das Stadion voll ist, du hast ein enges Stadion ohne Laufbahn, das ist das, warum wir Trainer oder Spieler sind. Was Geiles gibt es doch gar nicht. Also ich kann es gar nicht abwarten und hoffe, dass wir dann gegen Auer erfolgreich sind.